Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kastenwagen Touren. Ich bin Christa und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video seht ihr den letzten Teil unserer Reise durch den Südwesten Frankreichs. Und was es genau zu sehen gibt, das erfahrt ihr im Intro. Viel Spaß! Auf dem Weg aus dem Bereich des Armoniak machen wir einen Zwischenstopp in Neraq. Wir stehen hier unten am Flüsschen, werden aber nicht hier übernachten, gehen jetzt einmal rauf in den Ort und fahren dann später weiter bis an den Fluss Loh, L-O-T geschrieben. Jetzt guckt mal, wer da unten steht. So, weil ich zu faul war, jetzt schon weiterzufahren und mich irgendwo hinsetzen wollte und dachte, hier gäbe es Eis, sind wir hier gelandet. Und es gibt hier auch Eis, aber das ist alles sehr speziell, nämlich mit Bockfurt oder mit Tomate-Basilikum und solche Sachen. Und es gibt ganz ausgefallene Menüs und ja, für so eins haben wir uns beide entschieden. Wir lassen uns alle gemeinsam überraschen. Dann sitzen wir hier nicht wunderschön. Toll, ne? Das hier ist mein Salat mit Tomate-Basilikum-Sorbi. Und das ist Vollkost-Torte mit Walnuss. Ja, super. Und Roquefort und Birnen. Genau, Roquefort und Birnen. Und Salat. Sieht super aus. Da haben wir ja, wenn es genauso gut schmeckt, wie es aussieht, ein Zufallstreffer gelandet. Guten Appetit. Guten Appetit. Zum Nachtisch haben wir noch zwei Kugeln, jeweils besonderes Eis. Volker hat sich Marona und Ananas-Minze ausgesucht. Ich habe mir Pflaume-Armagnac und Schokolade mit Piment-Espelette ausgesucht. Und? Ein Minus. Ja, wunderbar. Guckst du eigentlich durch die Sonnenbrille oder über die Sonnenbrille oder gar nicht? Beides. Cool. Wenn ihr auf der Karte unsere Standorte verfolgt, dann werdet ihr sehen, dass wir ein ganz großes Stück weiter gefahren sind, 100 Kilometer, bis an den Fluss L'eau, L-O-T geschrieben. Und hier sind wir mal wieder bei einem France Passion Winzer. Und wir haben es mal wieder richtig gut angetroffen. Der Garten ist eher ein Park. Ganz herrlich. Und wir können hier stehen, im Schatten, unter einer Eiche. Stühlchen raus. Und hier ist direkt der Wein. In Deutschland sind wir oft mit Landvergnügen unterwegs. Und da heißt das Motto, schöner steht man selten. Das stimmt. Aber genauso schön steht man auch mit France Passion. So, hier haben wir jetzt Wein probiert. Da stehen die verschiedenen Sorten. Und wir nehmen wieder drei verschiedene Sorten. Aber sehr schön ist, dass die ja hier auch immer im Karton gibt, die frischen Weine. Und die mögen wir halt echt gern. Da hinten schleppt der Mann unsere Beute weg zur Lüttenhütte. Das ist aber auch so schön hier. Und diese Kartons mit dem frischen Wein, da kosten 5 Liter 18 Euro. Und der Wein ist echt lecker. Echt lecker. Da hat man Vorrat. Guten Morgen. Ich weiß, ich habe euch diesen Standort schon gezeigt. Aber noch nicht beim Frühstück, wenn so ein bisschen Sonne auf den Tisch scheint und man es auch in der Sonne noch aushalten kann. Es ist einfach so traumhaft schön hier. Es ist schon schade, dass man hier nur eine Nacht bleiben kann. Hier könnten wir es aushalten. Herrlich. Ich will euch auch mal eben zeigen, mit welchem Reiseführer wir unterwegs sind. Das ist der hier, den wir die ganze Zeit benutzt haben. Und wir sind viele Touren nachgefahren. Haben ergänzend dazu aber eben auch France Passion Plätze genutzt. Haben Touren übersprungen und sind auch zum Beispiel im Baskenland, als wir nach Aldüd gefahren sind, eigenen Spuren gefolgt. Aber insgesamt extrem empfehlenswert, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Umgezogen in den Schatten. War doch zu warm in der Sonne. Wir haben einen traumhaft schönen Platz am Fluss Loh gefunden. Dieser kleine Campingplatz hier wird von einem Niederländer betrieben. Hat nur 25 Stellplätze. Jeder liegt direkt am Wasser und hat mindestens 300 Quadratmeter. Unfassbar. Es ist total schön hier. Und wir bleiben einfach ein paar Tage hier und machen ein paar faule Tage, sodass ihr von hier nicht viele im Video zu sehen bekommt. Die Temperatur ist nicht schlecht für 16.45 Uhr, oder? Aber ja. Dann will ich euch heute mal wieder einen kleinen Einblick in meine Campingküche geben lassen. Das ist noch ein Schweinefilet von dem Bauern im Baskenland, wo es die baskischen Schweine gab. Hier koche ich gerade Kartoffeln. Ich streiche das Schweinefilet dann mit ein bisschen Senf ein, würze es mit Salz und Pfeffer. Und dann kommt es zusammen mit Speckwürfelchen, Sahne, das hier ist jetzt Creme Leger, und Curry in den Omnia und auch dafür 20 Minuten gebacken. Was ich natürlich noch vergessen habe, das ist meine selbstgemachte Tomatenmarmelade. Wenn ihr sowas nicht habt, dann könnt ihr auch Tomatenmark und ein bisschen Honig nehmen. So, es ist in Scheiben geschnitten, mit Senf bestrichen, Salz, Pfeffer, Gewürz und Speckwürfelchen drüber. Schöner ist eigentlich noch, wenn man es in Speckscheiben einwickelt, aber die hatte ich nicht. Soße ist angerührt und wird jetzt drüber gegossen. Möglichst nicht in das Loch rein. Deckel drauf und für 20 Minuten nach 10 Minuten auf voller und 10 Minuten auf halber Flamme sieht es so aus. Guten Appetit, diesmal auch ohne Gemüse. Und wenn man dann noch in so schöner Umgebung direkt am Fluss sitzend Abend essen kann, schmeckt es besonders lecker. Jetzt guckt euch diese Fasern an. Das ist eben freilaufendes Bio-Schwein. Perfekt. Nach Regen gibt es auch wieder Sonnenschein und heute Abend können wir so schön hier am Fluss sitzen. Das geht uns gut. Und der kleine Mann. Der wartet schon, dass es was zu essen gibt, weil der hofft, dass er dann was mitbekommt. Nicht Jo? Ist das so? Ja. Bei unserem Campingplatz kann man auch Boote mieten, wenn man auf dem Loh paddeln will. Und wenn man dann hier durchgeht, durch diesen regelrechten Bambuswald, kommt man zu einer Stelle, wo man wunderbar ins Wasser kann. Jetzt geht es über die Badeleiter rein. Ja, da war die Kamera weggeknickt. Es ist auch ein bisschen rutschig hier auf der Badeleiter. Ich leg die Kamera mal lieber hier hin. Gucken, ob das klappt. Nee. Gegen die Strömung zu schwimmen, ist ziemlich anstrengend. Vor allem, wenn man nur eine Hand hat, weil in der anderen Hand die Kamera halt. Aber es macht so viel Spaß hier. Und der Fluss hat eine super Temperatur. Wenn da nicht der Steg und hinten diese Badeplattform wäre. Ich weiß gar nicht, ob man sie von hier aus so richtig sehen kann. Man ist auf einem Urwaldfluss unterwegs. Ich liebe es ja, in offenen Gewässern zu schwimmen. Und jetzt geht es bloß abwärts. Und viel, viel leichter. Und schon treibe ich wieder auf die Badeleiter zu. Die nur drei Stufen hat. Also muss man ein bisschen klettern. Ups. Und blenden. Die Strömung hat mich gerade etwas. Wollte mich gerade vorbeitreiben. Aber das lasse ich mir nicht gefallen. Und jetzt versuche ich mal auszusteigen, ohne dass es zu peinlich wird. So. Geschafft. So. 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 Wir sind jetzt schon eine ganze Woche auf dem Campingplatz hier. Nicht zu fassen, weil es uns einfach so gut gefällt. Und wir waren total faul. Aber vom Campingplatz aus kann man eine Staustufe oder sowas ähnliches sehen und hören. Und das einzige, was ich nun wirklich einmal tun wollte, war bis zu dieser Stufe zu gehen. Und da begegnet uns ein kleines Schloss und die Staustufe selbst. Und das war es dann auch schon. Erinnert ihr euch noch an eines der ersten Videos, als ich euch die Nussbäume gezeigt habe, die noch kahl waren? Und dann etwas später hatten sie Blätter. Und jetzt sind die Nüsse schon so groß. Und so sieht so eine Nussplantage jetzt aus. So. 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 Wie schon gesagt, wollen wir ja in kleinen Etappen zurückfahren, deswegen besuchen wir wieder mal einen France Passion Bauern. Aber irgendwie sieht das hier nicht so aus, wie wir uns das vorgestellt haben. Bleiben untersuchen und weiterfahren. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir weitergefahren und wir haben es mal wieder richtig gut angetroffen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sitzen an einem wunderschönen Platz. Ihr habt ja schon gesehen, wo wir gestern hingefahren sind. Und da frühstücken wir jetzt. Guckt euch das mal an, wie schön das hier ist. Ja, und dann will ich euch noch was erzählen. Denn gestern Abend waren hier auf dem Platz eine Reihe von Hobbyastronomen. Und die hatten total tolle Teleskope mit und haben mich gucken lassen. Ich habe Sterne gesehen. Also sowas Tolles. Zum Beispiel einen Doppelstern, einer blau, einer weiß. Blau wie ein Saphir, wie man es immer von unserer Erde sagt. Das war wunderschön. Und ich konnte einen Stern sehen, der 125.000 Lichtjahre entfernt explodiert ist. Und man konnte diese Explosion sehen. Also praktisch einen Blick in die Vergangenheit. Großartig. Es war richtig toll. Wir sind wieder auf einem Stellplatz von dieser Kette Campingcar Park. Und die haben hier wohl einen alten Campingplatz municipal, also einen städtischen Campingplatz, übernommen. Was ihr da hinten seht, ist das kleine Sanitärgebäude. Ja, es gibt hier Duschen und Toiletten. Dahinter, wo diese kleine Hecke ist, war mal ein Schwimmbad. Ist jetzt natürlich nicht mehr. Aber ihr seht, Platz ohne Ende. Und vorne an ist auch parzelliert. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, uns hier hinzustellen. Ja, und das Ganze kostet im Moment 12 Euro. Der Ort lohnt sich nicht besonders. Das zeige ich euch nachher. Aber für einen Zwischenübernachtungsplatz, wie wir ihn jetzt hier nutzen, genial. Ja, und das Ganze kostet im Moment. Ja, und jetzt nähern wir uns unseren letzten Stellplatz auf dieser Reise. Wieder einmal mit France Passion. Und zum Abschluss haben wir es noch einmal richtig gut getroffen. Der letzte Halt auf unserer Reise. Wir sind in den Ardennen. Noch einmal bei einem France Passion Hof. Diesmal ist es ein Hof, wo Cidre gemacht wird. Ich habe ganz oft Cidre getrunken, nicht nur Wein. Und jetzt freue ich mich, dass wir einen solchen Abschluss haben. Und wir stehen wieder wunderschön. Es sind ganz nette junge Leute, die uns empfangen haben. Und um 18 Uhr können wir zur Verkostung. Letzte Mahlzeit bei unserer Reise. Also letzte richtige Mahlzeit. Auch wenn es nicht so toll aussieht. Es ist Pute mit Harissa gewürzt und Sahne dran. Und Datteln sind drin. Reis dazu. Ja, so sollte es schmecken. Guten Appetit. Es ist richtig lecker. Und jetzt endlich die kleine Betriebsbesichtigung und die Verkostung. Da ist die riesen Auswahl an Sachen, die man hier bekommen kann. Ganz ausgefallene Sachen. Vor allem hier dieser Ratafia. Da habe ich so ein Krok. Ich habe schon noch nie bis zu 100. So. Vielleicht auch so, ich denke. Das ist mit der Lumiere. Nein, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist Saviér. 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 En Espanol. Das ist Saviér. Ihm gehört das Ganze hier. Und er erklärt uns jetzt hier, was Barbong Krok, das ist das Flagship-Product hier aus dem Geschäft, was das ist. Ja, und da Saviér alles auf Französisch erklärt und mein Französisch nicht so gut ist, dass ich euch das wirklich genau übersetzen könnte, habe ich an dieser Stelle hier erst mal einen Schnitt gemacht und für alle, die von euch, die gut Französisch sprechen, hänge ich die Erklärungen von Saviér ganz hinten ans Video. Wenn das Video zu Ende ist, also für die Französisch Sprechenden nicht aushalten, Saviér kommt noch mit seinen Erklärungen. Ja, Leute, das ist unser letzter, letztes Frühstück bei dieser tollen Reise. Ja, Volker, was würdest du denn sagen, so zum Abschluss unserer Reise? Ja, ich denke, dass wir beide frankophil geworden sind. Wir sind viel gereist, wir haben viele Länder gesehen, aber Frankreich hat uns angefixt. Ja, total. Und jetzt reißt gleich der Hund den Tisch um. Also, wie gesagt, wir verabschieden uns von dieser Reise zehn Wochen. So lange sind wir noch nie unterwegs gewesen, das war richtig klasse. Und es war kein Tag zu lang, also das war einfach wunderbar. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch, dass ihr mit uns gereist seid, dass ihr uns immer wieder so nette Kommentare geschrieben habt. Das macht einfach auch Spaß, dann so ein nettes Feedback von euch zu bekommen. Und ja, es soll es auch noch nicht gewesen sein mit Frankreich, also mit dieser Frankreich-Reise. Ich habe vor, schon noch ein, zwei Videos vielleicht über unsere Reisen hinterher zu machen. Ich habe so eine Idee, sowas zu machen mit Tipps, also was man tun kann, damit der Frankreich-Urlaub noch schöner wird. Oder auch was man tun kann, damit der Frankreich-Urlaub gründlich verdorben wird. Da gibt es auch Tipps. Und vielleicht irgendwie so unsere schönsten Stellplätze. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr eine Idee habt, ob ihr einen besonderen Wunsch habt, worüber ich noch ein Video zu unserer Reise machen könnte. Ja, und ansonsten? Wünschen wir euch und uns natürlich auch alles Gute. Ja, alles Gute. Und gute Reisen. Gute Reisen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Hallo. Da wollten wir uns nett von euch verabschieden. Da kam aber dann gerade jemand und irgendwie ist dann der Rest des Videos untergegangen. Also mache ich das hier nochmal. Ich danke euch nochmal sehr, sehr dafür, dass ihr so schön mit uns gefahren seid, so viele nette Kommentare hinterlassen habt. Und ich freue mich schon sehr drauf, wenn wir wieder reisen und wir wieder mit dabei seid. Und auch wenn die Reise für uns jetzt zu Ende geht, werdet ihr weiterhin Videos von uns sehen. Ihr werdet also auch nächsten Sonntag wieder etwas erfahren. Bis dahin. Tschüss. Ein ganzes Dank. Eine gute Woche. Danke. Vielen Dank. Böne Woche. Böne Woche. Böne Woche. Bonjour. Bienvenue à la Cidrorie de Warniercourt. Je vais vous présenter le barbe en gros. C'est ce produit, en petits flacons. C'est un alcool de pomme, issu d'une macération et fermentation d'une pulpe de pomme qui va se faire dans nos bâtiments, dans des grosses cuves de 10 000 et 15 000 litres et qu'on va laisser fermenter pendant 4 à 6 mois. Ensuite, la pulpe va être distillée par notre alambic, qui est un alambic à vapeur et qui va nous permettre de sortir tous les arômes, tous les alcools, sans brûler, sans caraméliser. Mais surtout une chose, la vapeur de notre distillation va nous permettre de sortir le gras du fruit et amener beaucoup de rondeur et de subsidité par rapport à la dégustation du produit fini. Donc à partir d'une pulpe de pomme, nous avons énormément de qualités aromatiques, de fruitiers et de gras. Et ensuite, on va faire vire cet alcool pendant un an en fût de chêne neuf et la finition va se faire en fût de cognac. Donc des cognacs, un fût de cognac qui va rester un an et demi directement en fût, l'alcool de pomme. Et on va voir un alcool au final très aromatique, très fruité, très rond, avec beaucoup de corps, beaucoup de puissance et surtout une chose à 52 degrés. Donc ensuite, nous allons pouvoir vous parler de son petit frère en même temps, la liqueur de Barboncro. Donc là, on part du 52 et on refait un sirop de sucre pour descendre à 35 degrés d'alcool et on refait infuser une demi-gousse de vanille qu'on a directement fait revenir de la Réunion. Voilà, donc c'est un produit très aromatique, très doux, très subtil, très agréable à boire, comme vous pouvez le voir. Très très sympa pour les amateurs de douceur et de qualité aromatique, c'est sensationnel. Et on va élaborer ensuite les ratafias. Donc un ratafia, c'est un mutage ou un assemblage d'un alcool de fruits avec un jus de pomme directement et qui va être vieilli directement plusieurs années pour avoir beaucoup de qualité aromatique. Donc celui-ci, par exemple, celui qui est devant vous, donc ça, c'est un ratafia de cidre qui est vieilli pendant 4 ans. Donc on a 17% d'alcool et ce produit, il se boit frais en apéritif avec une chiffonage au mont sec, les toasts, melons et même pour ceux qui sont, pour les amateurs de foie gras, ça se marie vraiment bien. Et ce même produit, ensuite, est vieilli un an de plus en fuit de cognac parce qu'ici, le barban gros et les ratafias sont vieillis en fuit de cognac. Et le fuit de cognac, pendant 1, par rapport au ratafia, ça amène une palette aromatique extraordinaire, très rond, très souple, beaucoup de fruité. Et pour les personnes qui aiment beaucoup les produits aromatiquement très complexes, ça, en apéritif ou en digestif, c'est extraordinaire. Donc une petite chiffonage au bon sec, les molons et même un foie gras. Encore une fois, c'est vraiment sympa. Un grand merci, une bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée.